Das ist Allah Azza wa Jalla. Er hat ihm die Chance gegeben, zu bereuen. Für diejenigen von uns, die denken, wenn wir große Sünden begehen, wir können nicht bereuen. Wie soll ich um bereuen? Bruder, willst du mich auf den Arm nehmen? Die haben lebendige Menschen ins Feuer geworfen, weil die sagten, ich glaube an Allah. Und Allah hat ihnen die Möglichkeit gegeben, um Reue zu kriegen. Und jetzt können wir nicht Allah um Vergebung bitten. Und dann kommt einer und sagt zu mir, wie soll ich anfangen? Bruder, ich habe so viele Sünden. Was redest du da? Ich sage, wir kennen Allah nicht. Solange du auf der Erde schreitest und du hast gesündigt und du lebst, du hast Zeit und bereuen. Denn die Reue ist nicht viel weiter als eine Aussage aus deinem Herzen. Nicht aus deinem Mund, aus dem Herzen muss der kommen. Wenn du wahrlich, aus dem Herzen sagst, ja Allah vergibt mir. Allah vergibt. Allah vergibt. Egal wie stark, wie groß, wie viel deine Sünde war. Und das ist nicht viel.